Ich bin nur oben vor meinem Schmittreifel. Das war's dann ja hier, wenn man. Ich bitte, man sagt, ich gehe direkt mit der Hand. Ich bitte, meine Beine, so. Anders haben wir das nicht. Geht gar nicht. Ich will an die Hand. Beine Beine. Wir üben das nochmal, okay? Deine Beine. Den ist okay, den ist meiner, okay? Wir haben jetzt zwei. Einen von den beiden. Komm, bitte, bei mir. Wenn der ist auch. Ich hab's gedacht, nicht gut. Wie ein Volk. Warte mal. Ich hab ganz langsam auch vorgesucht. Nein. Nein. Jetzt hab ich Angst vor dir, weißt du das? Jetzt hab ich Angst vor dir. Was ist das so? Einen Euro. Das ist mal ein Euro. Unter dem Brandenburger Tor werdet ihr nicht bezahlen. Alles Ehrenamt. Kein Ding. Ist okay, das zeigt nochmal, dass du kein Geld dabei hast. Was, weggehen soll ich? Wegen des Abstands. Mach ich. Dein Problem. Ich bin völlig abgebrannt. Sonst hättest du einen Euro von mir geklärt. Du, das passiert jetzt demnächst allen. Das machen wir mit allen Geldbeuteln. Oder? Das ist doch eine gute Idee. Kannst du das nochmal zeigen? Nein, Mann. Was denn? Das machen wir mit allen Geldbeuteln. Das wäre nicht so schlecht, ne? Geld ist nominal wertabscham. es Cell Joe quoi? Wärme von der Applaus Du bist noch teig. Da muss sich bist. Ich bin Entre pockets.